Die Weltgesundheitsorganisation in Genf kann als das Hauptquartier der weltweiten wissenschaftlichen Diktatur bezeichnet werden. Mit der Panikmache rund um die Schweinegrippe-Epidemie zeigt die Weltgesundheitsorganisation ihr wahres Gesicht. Die höchste Alarmstufe 6 auszurufen, obwohl nicht mehr an der Grippe sterben als in anderen Jahren zeigt, dass die Panikmache auf keiner wissenschaftlichen Grundlage ruht und möglicherweise von einem Kampfeinsatz mit biologischen Waffen während der zweiten Grippewelle abzulenken. Das Ziel ist wohl möglichst viel Medikamente und Impfungen zu verabreichen aus finanziellen und eugenischen Gründen. Um die jetzigen pseudowissenschaftlichen Maßnahmen besser zu verstehen, sollten wir auf die Geschichte der HIV-Aidsch-Problematik näher eingehen. Viele prominente Wissenschaftler stellen immer noch die Theorie in Frage, dass HIV irgendwelche immunosuppressive Wirkungen entfalten kann. Der Gewinner des Nobelpreises für PCR, auf dessen Verfahren der HIV-Test, funktioniert. Karimolis und Onkogenentdecker und Retroviren-Spezialist Peter Duisberg bestreiten mit einleuchtenden Argumenten, dass AIDS nicht von HIV ausgelöst werden kann. Die Demografie der AIDS-Fälle ist ungewöhnlich verschieden zwischen ersten R und dritten Welt, dieser Umstand trug wohl dann auch dazu bei den HIV-Virus in zwei Typen zu unterteilen. Der gleiche HIV-Antikörpertest wird in Afrika und Europa angewandt. Die Chance für ein positives Resultat ist allerdings viel höher in Afrika, da der Test nur zwei HIV-Antikörper-Proteine anzeigen muss, um ein positives Resultat zu erhalten, in Europa allerdings deren vier HIV-Antikörper. Das wohl überzeugendste Argument, dass mit der AIDS-Wissenschaft etwas nicht stimmen kann, liefert uns eine Laborpackung der AIDS-Droge AZT, die in den 60er Jahren als Chemotherapie gegen Leukämie entwickelt, jedoch wegen der überaus hohen Doxizität nicht zugelassen wurde. Erst mit der Dringlichkeit der HIV-Epidemie wurde es im Schnellverfahren als Präventionsmedikament zugelassen, ähnlich wie heute die Impfstoffe gegen die Schweinegrippe. Niemand, ob der HIV-Test nun positiv oder negativ anzeigen würde, hätte diese hochdosierte Chemotherapie bis 2400 mg pro Tag längere Zeit überlebt. Also 24 der Laborpackungen mit Totenkopfwarnung. Bei der neuen Generation AIDS-Medikamenten, die ein längeres Leben versprechen, wurde die Dosis von AZT von 2400 mg auf eine überlebensfähige Dosis von 500 bis 600 mg verringert. Ein ähnliches Schema zeichnet sich bei der Chemotherapie gegen Krebs ab. Die Statistiken zeigen eine tiefere Sterblichkeitsquote bei Chemotherapie-Patienten, als in früheren Jahren. Fakt ist jedoch auch, dass die Chemotherapeutika ebenfalls massiv tiefer dosiert werden als in früheren Jahren. Während dem Studium der Geschichte der Chemotherapie bin ich auf verblüffende Ergebnisse gestoßen. Es scheint, als wurde die Chemotherapie während der Nazi-Zeit von IG-Farben erstmals im großen Stil an Menschen in Konzentrationslagern ausgetestet. Die Lager in Auschwitz wurden speziell für IG-Farben gebaut, um Versuchskaninchen und Zwangsarbeiter zu beherbergen. Interessanterweise wurde das Gebäude für den Hauptsitz der IG-Farben in Frankfurt, wo vorher die psychiatrische Klinik, Affenfelsen, untergebracht war, von der Rothschild-Familie abgekauft. Während des Krieges wurde das Epizentrum des Nerziterrohrs in Frankfurt nie bombardiert, mit der Begründung, man brauche ja dann ein Hauptquartier für die eigene Verwaltung. An den Nürnberger Prozessen wurden die verantwortlichen Direktoren der IG-Farben, Hermann Schmitt, Karl Krauch und Heinrich Büterfisch zu wenigen Jahren Gefängnis verurteilt und vorzeitig nach zwei bis drei Jahren aus der Haft entlassen. Ähnlich wie Wissenschaftler unter der Operation, P.P.Klipp, sind die Verantwortlichen der Konzentrationslager wieder in die Verwaltungsräte der Nachkriegspharma- und Bankeindustrie aufgenommen worden. Sogar der erste Präsident der ersten Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Walter Hallstein war in diversen NS-Organisationen aktiv und vertrat öffentlich die Lehre der Rassenhygiene, Eugenik. Wäre es möglich, dass es Killer-Viren gar nicht gibt, das heißt dass diese erst im Körper zu gefährlichen Mikroben mutieren, die dann selber Toxine produzieren, wenn das Terrain schlecht bzw. das Blut verseucht ist? Hatte also der Gegenspieler von Louis Pasteur, Antoine Bechamp recht, der den Pleomorphismus, Vielgestaltigkeit, definierte? Einige Quellen behaupten, dass Pasteur vor seinem Tod gebeichtet haben soll, dass Bechamp im Recht war und er Beweise manipuliert hat. Zu seinen Lebzeiten sagte Bechamp, ich bin der Vorgänger von Pasteur, exakt so wie der Bestohlene der Vorläufer eines glücklichen und dreisten Diebes ist, der ihn verhöhnt und beleidigt. Wenn Bechamp wirklich recht hatte, sollten wir die Projekte der wissenschaftlichen Weltdiktatur wie Impfungen, Chemotherapien, Nahrungszusätze wie Natriumfluorid, Aspartam und die Nebenwirkungen der globalen Wettermodifikation als größere Gefahr behandeln als einen Killer-Virus. Sollte Antoine Bechamp recht haben, dann klingt es durchaus plausibel, dass nicht-toxische Wasserreinigungsmethoden wie Ozon- und Silberionisation auch die Reinigung von Blut erledigen und somit alle chronischen Krankheiten an der Wurzel anpacken könnten, wie das auch unzählige Studien und Patente belegen. Dr. Karl-Sigmund Franz Kredet, der die Erblindung von Neugeborenen mit einer Silberlösung stark reduziert hat, setzte gemäß ETH Zürich vor dem Zweiten Weltkrieg auch intravenös Silberionen bei septischen Krankheitszuständen ein. Die Erblindung von Neugeborenen mit einer Silberlösung